Hallo, ich bin Anne-Kathrin Kienzler von der Guten Morgen Baden Show. Willkommen in der Regenbogen-Community. Hier gibt es alle Infos über Baden und die Welt, über Musik, über Wetter, alles was Sie wissen wollen. Sie können uns natürlich auch gerne posten auf George & Co. Wir freuen uns immer über Ihre Meinung und über neue Community-Mitglieder. Ja, und dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall heute noch einen sonnigen Tag und hoffe, dass wir uns morgen wieder hören um 5 Uhr, wie immer in alter Frische, Ihre Anne.